hallo herzlich willkommen heute geht es um das thema lenkräder weil ich beschäftige mich schon seit geraumer zeit mit sim racing sagen wir mal sogar ein jahr und ich habe mir natürlich ein lenkrad auch gekauft habe geguckt was lohnt sich was ist cool und ich dachte mir ich will nicht zu viel investieren aber ich will auch keinen schrott haben und da habe ich mich natürlich dann preis leistungstechnisch für das trust master 150 entschieden und habe aber mit der zeit folgendes gemerkt und darum geht es in diesem video und zwar um diese schaltwippen hier hier oben sieht ihr jetzt gerade ein video wie ich in singapur fahre mit dem f1 wagen und diese schaltwippen sind sowas von dermaßen laut dass ich mir gesagt habe ich baue die um die dinger und hier ist das ergebnis ziemlich moderat leise mittlerweile also die stören gar nicht mehr und wie wir das machen das erkläre ich in diesem video aber vorher muss ich euch noch ein paar dinge erklären was wir wieder mal so schönes brauchen wir brauchen eine schere genau eine schere eine nagelschere dann ein lineal wofür wohl zum ausmessen von irgendwelchen gegenständen was wir alles genau damit machen das erkläre ich später im verlauf des videos so dann ein stück draht ein stück draht dann klebeband dann brauchen wir noch das allerwichtigste einen schraubenzieher am besten magnetisch ganz wichtig weil wir müssen das ganze ding zerlegen genau wir haben zwei verschiedene schraubentypen muss das jetzt sein welche an der stelle besorgt euch gleich ein gefäß wo ihr die schrauben lagert die sind für das gesamte case zuständig also für die gesamte hülle gut dann halt noch die zwei stück an der zahl das ist auch der zweite schrauben typ das hält das lenkrad zwei stück genau jetzt wieder autofokus rein weg damit also und dann noch zum schluss brauchen wir wo ist es jetzt kommt das geheimnis war wie habe ich es geschafft die event wird also die schaltlenkung also die tipptronic leise zu bekommen zwar hiermit mit diesem material schallabsorber und wie das jetzt funktioniert zeige ich euch von a bis z schritt für schritt so als erstes schnappt euch die wheelbase und dreht sie erst mal um dann schnappt euch den schraubenzieher und schraubt drauf los hier ist bloß gleich vorweg noch gesagt wenn ihr das macht hier dann habt ihr keine garantie oder gewährleistung mehr also überlegt es euch gut so alle schöne schrauben raus und in euren behälter dann den ganzen trümmer hier wieder umgedreht so jetzt kommen wir zur blende und zwar hier die die hat auch noch mal vier schrauben dazu nimmt euch wieder mal den schraubenzieher und dreht erstmal das lenkrad in position damit ihr an die schrauben der blende rankommt hier schön drehen jetzt die dritte schraube und die letzte schraube so genau und jetzt geht diese blende ab jetzt zu guter letzt sind noch drei schrauben die die rückhülle halten und zwar hier sieht man ganz deutlich 1 2 und 3 die werden auch wieder raus geschraubt damit wir das hier lösen können und die letzte schraube so und damit lässt sich dann halt hier hinten die heck die klappe genau das case öffnen das könnt ihr jetzt nehmen das könnte jetzt schön erstmal zur seite schmeißen so nächsten schritt müssen wir das lenkrad entfernen das müssen wir jetzt die blende in position schieben die blende hat so eine kerbe und die brauchen wir sonst können wir kriegen wir den schraubenzieher nicht da rein und können nicht diese zwei dicken schrauben lösen die das lenkrad halten so hier jetzt geht's los jetzt die erste schraube raus dreht das ganze 180 grad und jetzt die zweite raus so theoretisch ist das lenkrad schon mal lose so jetzt hier nichts kaputt machen jetzt müssen wir das ganze drehen und gehen hinten an diesen connector dran seid vorsichtig beim rausziehen nicht dass euch irgendeine ade kaputt geht und dann habt ihr den salat so hier war vorher ein kabelbinder den habe ich entfernt und jetzt müssen wir uns diesen stecker nehmen und jetzt ist ganz wichtig weil wir müssen den jetzt ein bisschen abkleben damit der schmal wird also wir biegen ihn so ganz vorsichtig zur seite nehmen das tape wickeln das feuer rum das hat den grund weil gleich müssen wir das kabel vorsichtig durch den servoarm durchschieben und deswegen kleben wir das damit das nicht irgendwie verkeilt so so ist ganz gut jetzt sind eure hände zieht ganz vorsichtig das lenkrad ab und jetzt nimmt euch auf der anderen seite das kabel und zieht es vorsichtig durch den servokanal durch und immer ruhe bewahren weil wie gesagt wenn euch da irgendeine ade kaputt geht dann könnt ihr das lenkrad im prinzip wegschmeißen so jetzt habt ihr das ab so und das ist das eigentliche thema worum es geht um dieses lenkrad so jetzt schauen wir wieder drauf los alle schrauben raus aus dem lenkrad hierbei ist nur wichtig achtet darauf guckt genau dass ihr alle schrauben habt versucht das irgendwie nicht auseinander zu hebeln sonst macht ihr euch das kaputt ich sag das immer bewusst so hier nochmal die schaltwippen unbehandelt zieht das vorsichtig ab jetzt dreht ihr das lenkrad vorsichtig um und hier befindet sich auf der platine noch so ein connector der ist dafür da der verbindet halt die buttons die knöpfe mit der wheelbase auch wieder vorsichtig rausziehen ab das teil könnt ihr zur seite legen hier könnt ihr jetzt an den schaltwippen sehen die kreuze das sind diese teile die auf die federn drücken dieses teil ist das was so knackt ja diese feder mit dem druckknopf so hier ist der schallabsorber von dem ich geredet habe so und jetzt vermessen wir die feder in der breite und in der höhe und kommen auf stattliche 1 cm und jetzt ist wichtig beim schallabsorber dass wir circa das doppelte nehmen also sprich wir schneiden einfach mal zwei zentimeter ab genau machen das dann noch mal dass wir ein viereck kriegen also wir schneiden also im prinzip zwei mal zwei zentimeter blöcke ab duplizieren das ganze also beim zweiten da braucht er nicht nachmessen da haltet er einfach den ersten gegen das reicht schneidet jetzt so kleine runde flauschelz draus dass das ungefähr so aussieht jetzt nimmt euch die nagelschere und sticht beherzt durch den schaumgummi durch passt bloß auf dass ihr euch nicht tot sticht und dreht ein bisschen die schere und jetzt müsste halt hier wenn man so ein bisschen zieht zeige ich euch wartet mal hier so ein kleines loch sein so jetzt müssen wir das rüber vorsichtig rüber stülpen ein bisschen mit technik und gefühl hier so ein bisschen den finger zum einsatz bringen dass das so rüber geht das muss richtig schön stramm sein schneidet das so in form so dass das ein schöner flauschel ist macht dass selber auf der anderen seite wenn das ganze noch nicht passen sollte schneidet noch ein paar stücke ab damit das ganze gleichmäßiger ist so jetzt schnappen uns diese reste und stopft die mit hilfe der nagelschere rein diese federn jeweils pro seite würde ich empfehlen zwei stück damit wir auch wirklich die maximale schallisolation bekommen jetzt mit euch das lenkrad in diesen affen klammergriff ja ich muss gibt zu ich musste ein bisschen üben und jetzt müsst muss halt der stecker wieder rein in den connector macht das alles behutsam und ruhig so setzt das lenkrad wieder rauf so dass es passt so nachher vorher also ich sage mal das ergebnis kann sich wirklich sehen lassen ich meine jetzt passiert auch nicht mehr viel im video ihr schraubt das im prinzip auch jetzt einfach wieder zusammen es gibt nur noch eine sache die möchte ich gerne zeigen und erwähnen das ganze machen wir jetzt auch draußen auf also ohne musik ohne schau also nimmt euch dieses den draht den klingel draht und wickelt den gleichmäßig rum und zwar als verlängerung wir brauchen das weil wir müssen jetzt wieder natürlich das ganze wieder zusammenbauen und wenn wir das jetzt dadurch drücken würden durch diesen servo kanal würde uns das nur verdrullern so jetzt schnappt euch die wheelbase aber auch mal interessant wie viel technik da drin steckt was da alles für zeug verbaut ist so jetzt die blende die kommt zuerst über das kabel vom wheel oder über den draht dadurch gezwirbelt so jetzt den draht vorsichtig durch die wheelbase den brauchen wir nämlich damit wir das kabel da sauber durchziehen können ganz einfach kein hexenwerk im prinzip aber man sollte nicht zwei linke hände haben also das ist wirklich so so und zieht das vorsichtig da wieder durch nach verdammt blöde blende also ich habe sie weggelassen ich brauche sie nicht ich fasse da nicht rein weil die blende hat eigentlich nur eine funktion damit man da nicht beim betrieb sag ich mal sich die finger klemmen kann so jetzt wieder rein und beherzt drücken drauf ist der drops so jetzt zieht er das hier wieder durch so voll das kabel wieder ab den draht mensch das klebeband tut mir leid diese beschissene kameraperspektive gerade aber ich brauchte platz in dem moment und da musste die kamera weichen so jetzt dieses getwisterte kabel telefonband wieder fixieren in der rille und jetzt sind euch den stecker und steckt ihn wieder zurück in den connector von der wheelbase vorsichtig nicht übertreiben so drinne so hier habe ich jetzt gerade den klingel draht recycelt also der draht mit dem wir das durchgezogen haben um das kabel wieder zu fixieren und jetzt reiten wir gediegen den ende entgegen jetzt nehmen uns die schrauben schrauben das case oben wieder zusammen mit den drei schrauben damit das schön fest ist jetzt die zwei dicken ocken um das lenkrad zu befestigen hier erinnern wir uns wieder 180 grad drehen damit wir beide schrauben verschrauben können ja es ist bald soweit ich habe es bald geschafft jetzt sind nur noch die finalen schrauben unten zu erledigen alle müssen rein es gibt hier keine ausreden ich habe ja auch von anfang gesagt wir machen das von a bis z deswegen muss ich natürlich auch zeigen wie man das ding wieder zusammen setzen kommen die letzten schrauben noch dann habe ich es gleich geschafft und es ist geschafft ja und wenn ihr auch alles richtig gemacht habt dann dürfte jetzt hier auch keine schrauber mehr über sein so der trümmer steht in dem sinne möchte ich mich von euch verabschieden ich hoffe ihr hattet spaß ich hatte auf jeden fall spaß es war ein sau anstrengendes projekt und lasst einen daumen nach oben da macht's gut euer tornado ciao